Ja Leute, also Farid Bang täuscht auf jeden Fall mal wieder nicht an, denn er hat es in die Schlagzeilen deutschlandweit geschafft mit seinen Insta-Stories, in denen er sich lustig gemacht hat über Mario Götze und ich habe jetzt hier von RapCheck mal ein Video am Start in dem eigentlich so gut wie alles sehr gut zusammengefasst ist. Also RapCheck hier nochmal der YouTube-Kanal. Abonniert ihn. Es kommen auf jeden Fall täglich neue Videos rund um den Rap und dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz das Video mal an. Gestern hat es Farid Bang als einziger in die Schlagzeilen geschafft, um das mit einem anderen Thema als Bushido oder Capital Bra zu erwähnen. Er kümmert sich einfach um seine Sachen und täuscht weiterhin nicht an der Banger. Die Zeitungen schreiben, er hat Mario Götze gedisst. Das stimmt allerdings nicht. Dafür verstehen sie einfach seinen Humor nicht und das war wieder ein gutes Zeichen, warum die Bild-Zeitung bitte aus dem Rap-Geschäft aussteigen sollte. Farid Bang hat das Recht, Fan zu sein, von wem er auch möchte. Er kann Mario Götze Fan sein oder auch nicht, so wie alle anderen Fußballfans auch. Er hat lediglich gesagt, er findet Mario nicht gut als Spieler. Hat das natürlich auf seine humorvolle Art getan und ihn zum Beispiel mit der Gurke im Cheeseburger verglichen. Die Gurke ist da, aber keiner will sie haben. Aber am besten schaut euch die neue Ansage an von Farid Bang. Ich blende euch die alte Ansage ein und die neue gleich dazu. Ja, viele Fragen, warum hat er dich befragt, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich irgendwann mal eine Witz gemacht, aber das ist nicht stimmt, ich bin ein großer Beruf hier Dortmund sein, aber wie die meisten Beruf hier Dortmund sein, bin ich der Mario Götze. Mit Mario Götze und dem BVB verhält es sich ungefähr wie mit der Gurke beim Cheeseburger. Sie ist dabei, aber keiner will sie haben. Die Instagram-Story zu Mario Götze, wie soll er jetzt startet die Fette gegangen sein? Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen ein junger Mann einfach schnell zu wollen. Keine Fall. Ich wünsche ihm das Beste und nur Gutes. Ich habe nichts gegen ihn und ich bin einfach kein Fan von ihm. Ich mache ihn spielerisch nicht. Aber vielleicht überzeugt er mich noch über die Jahre. Hat er noch ein paar jährige Zeit. Viele seiner Mannschaftskollegen sind auch meine Freunde. Und daher ist es jetzt nichts Böses von mir an ihn. Und ich hoffe, der BVB wird Meister. Also wünsche ich ihm indirekt auch die Meisterschaft dieses Jahr. Schönen Abend, Leute. So Leute, das war es mit dem Video. Ich... Also das war es auch schon mit dem Video. Ich schaue mal noch kurz hier durch die Kommentare. Farid täuscht nicht an. Rapcheck, du bist der beste YouTuber. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich denke, in dem Video war alles ganz gut zusammengefasst. Farid Bang hat sich halt über Mario Götze lustig gemacht und im Endeffekt war es halt nur ein gut gemeinter Witz auf seine Art und Weise. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.